Herzlich Willkommen zurück zu Star Wars Battle von 2, Kampagne. Wir sind jetzt bei den Rebellen angekommen, wir hatten in der letzten Folge unser Imperium verraten und gucken mal was wir jetzt machen können. Weil wir sind jetzt flüchtige Verräter, Traitor. Ich bin gespannt, ob wir jetzt versuchen, uns in den Töten oder was uns schon passiert. Für Sie. Was? Sie lassen uns gehen? Ganz richtig. Fangen Sie einfach von vorne. Wo Sie uns überwachen. Dafür sind wir zu beschäftigt. Wir wissen, dass Operation Asche nach Naboo unterwegs ist. Sie müssen sich stoppen. Wir kriegen das schon hin. Nein, das Imperium verändert sich und mit ihm seine Taktiken. Wenn das stimmt, warum kommen Sie nicht mit? Retten Sie Naboo. Ja, ich will Naboo retten. Wir wollen keine Rebellen werden. Oh, warum nicht? Das ist ein einmaliges Angebot. Sie können jetzt gehen oder Sie helfen uns. Sie vertrauen uns an Ihrer Seite zu kämpfen? Was soll ich sagen? Ich glaube fest an eine zweite Chance. Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihre Schiffe. Wir können nicht mal X-Flügler fliegen. Kein Problem für eine Spezialeinheit. Was ist die Alternative, Aiden? Hm. Also, ich brauche eine Entscheidung. Schon sind sie unterwegs. Nein, noch nicht. Alle Jäger, beginnt euren Angriff. Ich mag die wirklich zwischendurch nicht. Hier ist Prinzessin Leia Organa. Alle bei mir sammeln. Lando, schützen Sie die Prinzessin. Wir zerstören die Asche-Satelliten. Ich bin hinter Ihnen. Oh, das weiß ich. Aber wenn einer von Ihnen etwas versucht, schieße Sie persönlich ab. Glauben Sie, Sie könnten das? Man nennt mich nicht umsonst, Danger 1. Ich sehe eine Wärmesignatur unter den Zentralsatelliten. Das muss der Thermalenergiekahn sein. Dann konzentrieren wir dort unsere Feuertraft. Und abdrehen. Juhu. Next one. Valabruva. Hehehe. Schöne Rolle gemacht. Das ist normal. Oh, wie ging das? Danger 2. Danger 6. Vergessen Sie sich. Sie schießen jetzt auf Teiljägern. Bestätiger. Danke für die Erinnerung. Auf Ihre Position, der Sie einig. Ja, wir sind dabei, Shrimp. Gut. So. Weiter geht das Schlachten. Jetzt die äußeren Satelliten rausschalten. Falls es möglich ist. Jawoll, ey. So, dann machen wir den noch mal hier. Töch, 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 töch. Guter Schuss, Commander. Hey, hey. In meiner Einheit ist sie kein Commander. Oh. Satelliten in meinem Vektor erledigt. Wir sind kein Commander, wir sind abgestimmt. Wir haben es fast geschafft. Und dann verschwinden Sie. Stimmt's? Stimmt. Sobald die Satelliten weg sind, beschießt unser Großkampfschiff den Zerstörer. Sie wissen, was zu tun ist. Das sieht schon krass aus, die Zerstörer. Am besten zu stüren Sie zuerst die Verteidigungssysteme. Verstanden. Ja. Und noch einer. Guter Schuss. Passio. Verstanden, Staffelführer. Oh. So, wo sind die Jena? Da haben wir sie. Satelliten ausgeschaltet sind. Sektor sieht gut aus. Yeah. Koppeln im Manöver. Sind noch Satelliten übrig? Wir erledigen den Rest. Sie übernehmen den Sternenzerstörer. Verschärkung ist eingetroffen. Y-Flon-Flügelbomber. Sorgt für Ihre Sicherheit. Konzentriert das Feuer auf das Schildsystem des Sternenzerstörers. Hey. Sie geben mir keine Befehle. Alle Einheiten. Konzentriert das Feuer auf das Schildsystem des Sternenzerstörers. Eine Kompetalgege hat unsere Bomber empfiziert. Fangt sie ab. Da ist die Unterstützung. Helfen wir ihnen. Alle aus. Fast vor. Oh, einer ist noch. Ist er? Oh, da sind ein paar Leute. Wenn die Schilder weg sind, bringt die Restoration die Sache zu Ende. Die was? Unser Großkampfschiff. Allein hat es gegen einen Zerstörer keine Chance. Aber gemeinsam bringen wir die Sache zu Ende. Verstanden. Fang, 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 fang. So, alles zerstört. Bis auf ein paar X-Wings, die noch hier rumdackeln. Ah. Wo ist der Rest? Achtung! Feindliche Schiffe nähern sich! Einen haben wir noch. Oh, noch mehr. Ja. Noch mehr Thai-Jäger, helfen Sie mir! Oh, noch mehr. Oh, boah, ein bisschen verteidigen. Erster Schild zerstört. Neuer Anflug für den anderen. Fluchfehler. Dürfen wir jetzt alles nochmal neu machen? Sind noch Satelliten übrig? Wir erledigen den Rest. Sie übernehmen den Sternenzerstörer. Verstärkung ist eingetroffen. Lüpfel an Flügelbomber. Sorgt für Ihre Sicherheit. Konzentriert das Feuer auf das Schildsystem des Sternenzerstörers. Hey, Sie geben mir keine Befehle. Alle Einheiten. Konzentriert das Feuer auf das Schildsystem des Sternenzerstörers. Eine Gruppe Thai-Jäger hat unsere Bomber im Visier. Fangt Sie ab! Da ist noch Unterstützung. Helft wir Ihnen! , hey! Durch die Befehle! Ich bin schon. Nein! Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. Ein Professor hat sich hier, in Schildes을 Holden. Ich bin schon. Thürfen Sie haben. Ich bin auch schon. Ich bin schon. Wenn die Schöne weg sind, bringt die Restoration die Sache zu Ende. Was? Unser Großkampfschiff. Allein hat es gegen einen Zerstörer keine Chance. Aber gemeinsam bringen wir die Sache zu Ende. Verstanden. Ich meine, ich sehe nicht, dass es unsere ganze Reichweite gibt von den Laserstrahlen. Alter, sind da viele. Noch mehr TIE-Jäger! Helfen Sie mir! Wie viele soll ich denn noch davon töten? Ich meine... Feindliche Schiffe nähern sich! Geht doch. Geht doch. Geht doch. Erster Schill zerstört. Neuer Anflug für den anderen. Erster Schill. Erster Schill. Erster Schill. Erster Schill. Ja. Filde ausgefallen. Gute Arbeit. Unsere Y-Sylant-Flügler haben ihren Bombenantritt abgeschlossen. Ja. Restoration, Sie können angreifen. Aller anderen fallt wieder zurück. Das ist nicht gut. Tut mir leid, sehen wir nicht alle den brennenden Sternenzerstörer? Das imperiale Protokoll sieht einen Sprung in Sicherheit vor. Diese Schiffe wollen nach Thiet. Sie werden die Stadt attackieren. Alle so schnell wie möglich nach Thiet. Wir haben vielleicht einen Weg, das alles hier zu stoppen. Oh ja. Geil. All right. Danger 1. Wir vier müssen reichen. Kennt sich hier jemand mit Maschinen aus? Ja, ich. Sie gehen mit mir. Thiet hat ein Verteidigungssystem. Irgendwas, um das Imperium aufzuhalten. Aber der Sturm hat Energie-Relais in der Stadt beschädigt. Bis sie repariert sind, können wir gar nichts aktivieren. Wir teilen uns auf, reparieren die Relais. Und danach treffen wir uns am Palast. Klar. Wir dürfen jetzt mal Leia spielen. Aber, wie es weitergeht, sehen wir erst in der nächsten Folge. Also, wir sehen uns. In der nächsten Folge. In der zweiten kh останов believes, im Regier. Und wir wissen uns, als die Fahrzeit betらiert.